Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und das ist ein sehr interessanter Vers, denn es gibt diese Leute, die lehnen die Lehre ab, die glasklare biblische Lehre, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, diese Bitte um Errettung aussprechen müssen, um gerettet zu werden. Und sie kommen mit so einem Schwachsinn daher von wegen, ja, das ist dann ja nicht Glaube allein, wenn wir auch den Namen des Herrn anrufen müssen, wenn wir auch um das ewige Leben bitten müssen, dann ist ja kein Geschenk mehr. Was für ein Schwachsinn. Nur weil ich jemanden um etwas bitte, habe ich mir dadurch etwas verdient bei denjenigen? Ich meine, wenn ich sage, bitte hilf mir, und derjenige hilft mir, habe ich mir dadurch seine Hilfe verdient? Das ist dumm, das ist Schwachsinn. Aber das, was diese Leute sagen, sie sagen, Nein, also nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Obwohl die Bibel eindeutig sagt, ja, in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Du musst mit dem Mund bekennen, um gerettet zu werden. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben, diesen Glauben bekennst du. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte rette mich, bitte schenk mir ewiges Leben. Wie auch immer du das ausdrücken willst. Du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das, was die Bibel eindeutig lehrt. Aber dann kommen diese Idioten daher und behaupten, im Grunde genommen, dass es dann ja nicht mehr Glaube allein sei. Was für ein Schwachsinn. So als würden wir uns dadurch durch eine Bitte das ewige Leben verdienen. Ich meine, komm schon. Aber was wir hier in diesem Vers finden ist, es heißt hier, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben, sprich gute Geschenke zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Was wir hier sehen ist, dass das Geschenk trotzdem ein Geschenk ist, auch wenn wir darum bitten. Es ändert nichts daran, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, wenn wir darum bitten. Und Gott will, dass wir ihn bitten. Denn Gott ist ein persönlicher Gott. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und genauso wie wir mit Menschen kommunizieren und sagen, hey, ich brauche Hilfe oder bitte gib mir das und das, genauso müssen wir mit dem Herrn Jesus Christus kommunizieren, den Namen des Herrn anrufen. Ich will, dass du mich in den Himmel aufnimmst, wenn ich sterbe. Bitte schenk mir ewiges Leben. Oh, jetzt hast du das ewige Leben verdient, weil du mit Jesus geredet hast, weil du gebetet hast. Und weißt du was, an der Stelle schalte ich mich aus, weil da, also, da bin ich raus. Das ist einfach zu dumm. Ich glaube nicht, dass noch irgendwas dazu sagen muss. Da sind wir auf einem derartig niedrigen Level angelangt, wenn Leute behaupten, dass das dann irgendwie Werksgerechtigkeit sei, den Namen des Herrn anzurufen, um gerettet zu werden. Glaube allein, was heißt das? Dass wir uns das ewige Leben nicht verdienen können durch irgendwelche guten Werke, sondern wir kommen durch Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, Glauben an den Herrn Jesus Christus in den Himmel, nicht durch irgendeinen guten Verdienst. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, den du dem Herrn Jesus Christus kommunizierst. Ich glaube an dich, bitte rette mich. Dadurch vertrauen wir dem Herrn Jesus Christus, in dem wir sagen, ich glaube an dich, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du auferstanden bist, ich vertraue dir allein, ich kann nichts tun, bitte rette mich. Ich meine so viel dazu. Es ist so einfach, so einfach zu sehen, aber es muss angesprochen werden, weil diese eindeutigen Lehren, wie den Namen des Herrn anzurufen, halt immer wieder angegriffen werden.